Mein Name ist Alex Bannes. Ich bin Trainer für Potenzialentwicklung und Lebensfreude. Ich biete an zum Beispiel Lebensfreude-Trainings. Ich bringe die Menschen zum Lachen und ich vermittle den Menschen, dass Lachen nicht nur etwas ist, wodurch man sich wohlfühlt, sondern was sehr gut für den geschäftlichen Erfolg und für das Zusammensein mit Mitarbeitern, mit Kunden und vielleicht auch mit Vorgesetzten ist. Warum man unbedingt mich buchen sollte, weil ich nicht nur ein Lachtrainer bin, der sehr viel Erfahrung hat, sondern weil ich auch ein erfolgreicher Coach bin, der Menschen dabei unterstützt, ihr einzigartiges Potenzial zu entwickeln und glücklicher und erfolgreicher zu sein. Und die ganzen Methoden, die ich dafür verwende, die kann ich sehr gut mit meinen Lachtrainings kombinieren. Ich bin Trainer und ich bin Trainer und ich bin Trainer und ich bin Trainer.